August 1929 Ein Zeppelin fliegt übers Meer. Aber es gibt schon heute ganz gut gescheite Leute. Sie interessiert das gar nicht sehr. Der Weltenraumverkehr floriert. Seit Urzeit niemals minder. Wo gut, wo schlecht. Das interessiert die Greise wie die Kinder. Was man im Leben sich erwarb, war Gnade oder Beute. Da ich Geburtstag feiere, starb die Kati Kobus heute. Es hat an solchen Tagen... Was wollte ich denn eigentlich sagen? Es hat ein Jedes, was erträumt. Es hat ein Jedes, was versäumt.